hallo und einen schönen guten tag liebe musikfreunde heute ein ganz besonderes gespräch ihr seht ich habe gleich zwei illustre gäste ich bin ganz stolz begrüßen zu dürfen aus unserem nachbarland österreich genau genommen aus dem zielertal freddy fister herzlich willkommen ich denke alles andere und alle die da noch mit dabei sind alle verkugsten so zusammen genau und das ist der antreten ja auch viele bei uns kennen unser sound zauberer und und zwar einfach danach wir wollten uns einfach mal austauschen heute ist sonntag schlechtes wetter dann bietet sich ja fast an einmal über die musik und gott und die welt bisschen zu reden anders war allerdings ein eintrag in facebook von dir lieber freddy da habe ich schon gedacht der freddy kauft die ganze firma korg auf du hast wieder post bekommen mit zwei großen paketen du hast noch mal zwei pa5 x geordert ja also ich selber habe jetzt vier fünfer geordert und auch schon bekommen drei davon habe ich selber aber meine jungs von der band die haben denen habe ich natürlich auch einen vermittelt der malten betreibt der kleine stone studio und da unter unser gitarrist natürlich auch jeder hat seine tasteninstrumente auch mit zu mit daheim und natürlich spielen wir alle auf kork anträder können wir neidisch werden bei so viel korks ja auf jeden fall aber wir lieben sie doch alle freddy hast du du setzt die kork 5x auf der bühne ein ja gibt es irgendwie probleme mit 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 kork na überhaupt nicht also ich habe glaube ich den ersten da da der jürgen hat man letztes jahr im sommer glaube ich einen vorab einmal zugeschickt mit dem ich dann ein bisschen arbeiten konnte ich habe dann schon eine zeit gebraucht bis sie bis sie alles durchschaut habe und habe mir die ersten zwei drei wochen nicht getraut in mit auf die bühne zu nehmen weil ich mal unsicher war aber ich habe weder ein problem es weder abgestürzt noch sonst irgendwas deswegen wundert mich oft einmal wenn ich leider lese dass sie ein paar da bis lauf regen wenn nicht alles gleich hundertprozentig hinhaut aber es ist oder mal ein sehr intensives instrument und da muss man halt ein bisschen geduld haben vielleicht liegt daran dass ich natürlich jetzt nicht alle sachen die das teil kann verwende ich bin style spieler und brauche eigentlich sonst nicht allzu viel weil mir die files und mp3s kommen mir nicht ins gerät also weil ich es nicht brauche und deswegen ist vielleicht auch so dass sollte es funktioniert alles wunderbar und gleich vorneweg ich muss es sagen ich habe jetzt vom einser bis zum fünfer alle gespielt ich habe nie ein problem gehabt mit keinem dieser geräte und ja ich bin begeistert und was sie jetzt wieder auf die beine gestellt haben ja großes kompliment an die krog familie gott speziell an unsere deutschen kollegen und natürlich auch an so leute wie andere und ich weil gerade durch deine videos ist es natürlich tausendfach einfacher gewogen dieses gerät kennen zu lernen zu verstehen was überhaupt alles möglich ist weil ich glaube ganz viele gibt es nicht die die bedienungsanleitungen mit liebe lesen und wenn man hier zuschaut oder euch zuschaut und so gleich eine geile sache freddie da gibt doch den satz dass männer nie bedienungsanleitungen lesen andere wie was wie was bei dir du hast jetzt auch eine ganze zeit den musikanten im griff du gehst ja sehr stark in die in die sound kiste da rein wie sind so deine erfahrungen war ganz offen gesprochen also wie gesagt ich war mit dem corpia 5x ich habe ja vorher auch schon die ganze reihe von pia angefangen mit pr 1x auch durch bis zum fünfer und das ist eine alte liebe und der neue liebe ich habe mich da sofort drauf zu hause gefühlt und ich bin immer wieder überrascht von der von diesem fund was dieses instrument hat ich spiele es gerne ist jetzt auch auf der bühne viele sachen vom corpia 5x musikant ein ja ich bin total begeistert absolut ja ist so jetzt hat er als hat der andere hat ja auch einige keyboard sets beigesteuert bei dem ja jetzt müssen wir mal den fachmann fragen den weltbesten harmonika spieler den ich kenne frage wie klingen die harmonikas im pr 5x ja also andere hat man ja vor seinem verdienten urlaub wunderbare mail geschickt und ich habe die dinge sofort reingeladen also kurz zur zu meiner freddie pfister band ich spiele nur zwei krog b5 auf der bühne ich habe einen gitarristen dabei und dann habe ich noch einen bassisten dabei der bei volksjünglicher musik und wo es passt die steirische spielt also bei mir läuft alles übern b5 und die soundform andere also das sind recht recht viele gewesen wie hat man sie alle reingezogen ich habe sie natürlich fix abgespeichert auf meinem key und ich verwende zwei akkodeons ich verwende fast alle streicher die er gesempelt also die er gemacht hat und was mir ganz gut gefällt sind die gitarren es gibt da eine für eine leicht verzerrte gitarre dann eine klinge also ich bin jetzt kein hemmer und spieler weil ich eben nicht so der techniker bin ich habe auch die rock ogen von ihm jetzt übernommen aber es sind einfach sachen drauf andre bei der gelegenheit die beenden und die dazukommen wunderbar weiter so weil du machst genau das was wir brauchen wir als unterhaltungsmusiker nenn ich genau in die richtige richtung programmiert und gemacht und einfach super was ich mich herzlich bedanken was wunderschön ist du hast es geschafft ich liebe diese diese ausliegenden sounds du du hast viel mit den hals gearbeitet mit den effekten und ich habe sehr sehr geil und und ja wie gesagt ich verwende sehr viel von dir und bedanke mich dass du mich da bedacht hast mit dieser wunderbaren e mail das ist aber genug gelobt normalerweise sagen wir bei dem andere ja nicht geschimpft ist schon genug gelobt ich würde das gegenteil auch sagen wenn ich sagen würde ja kann man ja ist nett aber das ist es nicht das ist mega dankeschön die wacht werden ja andré das wäre ja mal so der hinweis bei unserem nächsten gespräch bei uns beiden noch mal das musikant auf den tisch zu legen und noch mal so den ein oder anderen soundtipp zu verraten was schon mal gerne machen können wir gerne machen ist versprochen absolut habe schon wieder etliche neue schublade das gut ja aufrede was sagt das programm wird jetzt an man sieht ja da hast du hast ja wenn man sieht schon wieder jede menge termine vor der brust ja da bin ich sehr froh drüber also wenn wir kurz auf das thema kommen letztes jahr war ich schon sehr zufrieden mit den auftritten die wir reinbekommen haben heuer ist es aber schon wieder sehr ähnlich der zeit vor korona also wir wir sind sehr gut gebucht was mir positiv auffällt wir sind dieses jahr wieder recht oft in deutschland unterwegs da hat man letztes jahr noch stark gemerkt dass die deutschen veranstalter ich spreche da jetzt aber von stadtfesten zeltfesten und so weiter letztes jahr war da noch sehr wenig die haben sich sehr wenig getraut heuer schaut es wieder sehr gut aus und ich glaube wir alle können wieder bis lauf atmen die brosch hat wieder arbeit und da legen wir los und werden mit unseren koks einen guten eindruck hinterlassen ich habe eine ganz andere frage fällt mir ein du hast ja die vielen pa keyboard oder wenn du auf die bühne gehst sagst du hast du zwei dabei hast du ein flight case oder oder nimmst du mit der tasche oder wie transportierst du das nein ich habe flight cases ich habe mir eben die speziellen gehabt für die zwei die mit auf der bühne habe maß schneidern lassen nein bei diesen geräten ist es besser ich habe wir haben da immer zwei drei techniker oder haben leute mit dabei die uns das ganze zeug auf und abbauen und ab und zu kann schon mal passieren dass einer ein bisschen 20 zentimeter auf dem bogen fällt oder so nah ohne case würde ich so ein teil nicht nicht nehmen okay andré da merkt man ja so ein bisschen unterschied hast du auch techniker immer dabei wenn du musizierst bekommst du aufgebaut ich muss alles selbst machen ich fahr sogar selbst hin und selbst wieder zurück schläpp alles hin bums alles auf die bühne und zum schluss ich bin im prinzip immer der erste der kommt und der letzte der geht ich muss einwerfen also wir sind auch fleißig wir helfen wir drei musikanten helfen natürlich auch immer mit weil da man anders stehen wollen wir natürlich nicht aber natürlich den luxus habe ich mir gegönnt weil man doch wenn man von tirol nach holland fährt oder irgendwo hin dann ist natürlich recht fein wenn man nachher dann noch sich noch ein bisschen mit den fans unterhalten kann und in der zeit unsere unsere wie soll ich sagen ein einzelmännchen ein bisschen arbeit haben hast du eigentlich in der letzten zeit noch mal ein bei dem musikanten umstellen müssen oder hast du jetzt die die feste mannschaft jetzt gefunden also bei mir war so also wenn ich kurz ausholen darf ich habe leider also die freddie pfister band habe ich jetzt seit 2007 vorher war ja die gruppe heu und vorher waren die schützenjäger und ihr habt leider ein bisschen pech gehabt die habe jetzt seit 2016 bis bis 2019 in drei jahren habe drei musiker verloren alle drei gestorben alle sehr jung und die hat dann system der martin pens ein sehr sehr guter steirischen spieler der ist aber leider vom beruf lehrer und lehrer hat zwar toll im sommer beim ferien sind können wir viel unterwegs sein und so weiter aber natürlich ein die hauptsaison ist dann bei uns auch wieder september oktober und da bist du als lehrer kommst nicht weg kannst du nicht einfach urlaub nehmen deswegen haben wir uns entschieden dass der martin mit ende letzten jahres aufgehört hat sich seiner arbeit und seiner familie widmet natürlich auch noch musiziert und die ich habe wieder mal das glück gehabt bis also ich bei einem zieler dala glück muss man haben einen jungen musikanten gefunden den matteo schrei und der typ ist 20 jahre und spielt wie ein junger gott also die ausbildung bei diesen jungen leuten heutzutage ist unfassbar und da habe große glück gehabt und ich glaube wir sind wieder von guten teil das ist glaube ich etwas anders wie bei uns in deutschland antreten also ich denke in österreich wird die musik ein bisschen hochgehalten auch in der schule schon in der schulausbildung während bei uns hat man ja finde ich finde ich finde ich auch ein bisschen strahlend muss ich ganz ehrlich sagen vor allen dingen dieses ganze volkstümliche gut bei uns wird ja auch immer weniger oder wird auch wie du sagst gar nicht mehr hochgehalten geht hier meistens nur um party natürlich bei bei dir freddie mit sicherheit auch im zelten und so aber so dieses akkord spielen das hat hier schon irgendwie so ein bisschen nahe gucken die leute aber macht denn jetzt spielt akkorde schade schade weil ich bin ja auch so ein fan davon mal ein bisschen polka mal ein bisschen walzer mal ein bisschen zu mit sich ein bisschen stimmung wenn ich selbst in österreich bin erlebe ich das ja immer wieder wenn ich das spiele da spiele ich sachen die die da würden mich die leute hier angucken und wenn man macht ja es ist sowieso dieses nennen wir es mal volkstümlicher volkstümlicher schlage eigentlich die branche in der wir alle arbeiten weil natürlich auch die pupschlager branche gehört ein bisschen zu uns wir sprechen davon unterhaltungsmusik und was mich immer ein bisschen ärgert wenn so die weißen wie ich die leute beschreiben sollen wenn diese musik immer so belächelt wird der der schlager und und volkstümlich ich habe einmal gesagt oder meine einstellung dazu ist ist ich brauche wir brauchen die normalen medien immer weil es gibt ja auch keine sendungen mehr außer in diese partie sendung von silber eisen aber sonst gibt es ja nichts mehr und die beantwortung der meinung ich sag wenn alle unterhaltungsmusiker mal streiken würden ein monat lang in österreich in der schweiz in südtirol in deutschland holland dann wäre tote hose und zwar für alle es wäre also die leute hätten nichts mehr zu feiern nichts mehr zu lachen und und was bei dem thema auch noch ist du hast es angesprochen wir haben das große lücke wir haben sehr viele junge leute die gerne noch steirische harmonika akkode spielen was aber für mich auch immer wichtig ist egal wenn ich allein auf der bühne stehe dann oder wenn jemand allein auf der bühne steht dann verlange ich als mensch als zuhörer dass er zumindest in dem fall wenn er keyboard spielt das keyboard selber spielt also rechte oder auch rechte und linke hand wenn er trio auf der bühne steht dann will ich haben dass der bassist seinen bass selber spielt der gitarrist und kippo das ein keyboard dass man in kleinen besetzungen eine kleine hilfe braucht keine frage es soll ja auch halbwegs klingen aber ich kann es nicht haben wenn sie alle nur noch die den berühmten knopf drücken richtig der dann alles so wunderbar abspielt die sollen dj werden aber sonst musizieren dann eher lassen nicht mal lehre ich voll bei dir hundertprozentig ja so sieht es aus aber eine frage liegt mir auf dem herzen limax sagst du spielst ja limax ich habe jetzt ja seit seit drei monaten das vergnügen auch ein akkordeon probieren zu dürfen von markus brand silberbach akkordeon super und der arbeitet hier eng mit limax zusammen ja das ist ja aus deinem heimatland die kommen die aus österreich ja genau ursprünglich also ist die die ersten sounds die für das limax system also was schlänge waren war der klaus zider der satiroler der hat die ersten der hat schon anfang der 90er jahre angefangen dazu mal noch für für den sampler von nsonic und dann ist es weitergegangen und ja und limax hat sich jetzt natürlich schon sehr entwickelt als als media profi absolut bei mir ist es ein bisschen einfach ich habe ein akkordeon sehr leicht sehr leichte bauweise dieser kunde und hatten wir in den 80er jahren 1985 die firma honer gebaut das war noch handgemacht mit dem akkordeon spiele ich heute noch und ich verwende beim akkordeon nur den bass also weder begleitung noch diskanz seite sondern nur den bass und die diskanz seite nehme ich mit einem mikrofon ab also ich habe jetzt kein full video drin aber aber was sich da tut ist natürlich schon auch sehr sehr imposant also den bass verstehst du da spielst du quasi den barrettonsound mit barrettonsounde passt da habe ich mich schon für walzer schaltet an den des barrettons weg beziehungsweise ich verwende da unseren alten schützen jäger sind die pass den hat der klaus zider dazu mal gesämpelt den gibt es auch so wie wir in den 80er jahren noch geklungen haben mit dem synthetischen was und den habe ich eins zu eins und den habe ich habe ich so samplen lassen und da ist auch auf jedem mitteil drauf und ich spiele ein bass gitarre und zwei als akkordeon und steirische also ich spiele bei folgstimmungsliedern immer den bass mit der linke man hat ja die 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 patterns in dem limax steuergerät du arbeitest mit wieviel aber du brauchst eigentlich nur zwei oder drei stück ich habe nur zwei ich verwende nur zwei ich habe natürlich mehr programmiert dass wenn man so einmal irgendwo zusammensitzen und ein bisschen musiziert habe ich so akkubox dabei da habe ich auch das aber keine pariton aber ich verwende selber nur zwei auf der bühne da hatte ich jetzt mit marcus brand ein interessantes gespräch man muss natürlich darauf achten wenn man diesen bariton oder diesen bass und spielt möglichst kurz das ist ja wohl angesagt es sei denn bei einem übergängen darf man lang spielen aber man muss schon trainieren möglichst ja ja ich habe mir das da ich jetzt keinen direkten paritons sound habe ich verwende einen e-pass und der spielt nur solange ich drauf bin also kein sustain weil ich öfter und den synthi den ich verwende das auch ganz kurz und wenn ich dann länger am passknopf bleibe dann bleibt der grundpass liegen aber das sind die ist nur ganz kurz und und das schiebt dann schön weg also das muss man sagen man hört bei uns auf die cds recht gut da verwende ich ihn auch und der schiebt schön weg also das man gibt schon bauer okay geht es noch mal demnächst irgendwo ins musikstudio wir sind gerade dabei also bei mir ist bei uns ist leider schon sehr lange her dass wir die letzte cd gemacht haben wir haben jetzt mal drei vier titel fertig gemacht und so gehen wir ins studio und wenn wir dann wieder mal zwölf oder vierzehn titel haben wird es wohl wieder mal eine cd geben aber die einzeltitel veröffentlichen wir dann im internet andré was steht bei dir jetzt im moment vor der brust ja ich bin ja wieder fleißig dran macht wieder sound pakete entwickeln muss ja immer weitergehen mach sounds für korg für pa4x den habe ich mir jetzt auch schon wieder ein bisschen hochgestellt soll man auch nicht verachten auch ein wunderbares instrument da werde ich jetzt auch nachliefern dann irgendwann auch mal wieder für pa1000 und natürlich für pa5x ist was in der schublade und dann natürlich auch für neuen jamaal genus da bin ich auch die letzten monate stark mit beschäftigt und das mit großer freude auch fredi da hören wir jetzt drüber hinweg einfach mal na das das passt schon die können ja fredi der kriege ich immer von inshören kannst du dir vorstellen ja das glaube ich eh der schnitzt mich immer klein die plastikhülle gefällt mir so gut nein ich sag jetzt nicht so ich selber hab den ich selber hab vor zwei drei jahren noch bin ich eingeladen worden von jama haben mir das einmal anzuschauen ich hab den teils 5 also man braucht nicht reden wenn man beide hätte den genus 2 und den fünfer dann bist du im paradies von beiden keyboards das beste haben das wäre natürlich ideal ja 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 darf ich noch einen wunsch äußern liebe weil ich ja selber kein über kein programmierer bin ich setze euch einfach mal so einen floor floor ins ohr äh ich bin öfter mal auf der suche nach so einem geilen äh äh geilen style so schlager rock rock schlager also äh ich sag jetzt einmal petri schlager der 24er jahre nur so ich streue es nur mal ein als style als style als style ja ja ich ja ich wollte ich sag jetzt nicht ja ja es ist angekommen ist angekommen ja genau ich dürfte ja auch für das pr5 mal äh styles dazu machen das ist ja schon strafarbeit manchmal ja das glaube ich ok ja Männer war schön mit euch mal zu plauschen auf jeden Fall ich denke jetzt haben wir ja sonntag jetzt warten ja eure liebsten eure herzliebsten ja wahrscheinlich gleich schon mit dem abendbrot ne gibt es nix n-n-n und wie ihr überlebt ihr den heutigen tag ohne abendbrot ja schau mich an ist nix genau ich hab mir vorgebeugt mit Essen die letzte Zeit so lieber Alois ja André was wolltest du sagen ich wollte mich erstmal bedanken ganz kurz auch beim lieben Freddy also ich bin wirklich stolz und freue mich wahnsinnig dass der Freddy Vista sagt Mensch deine Sounds sind super und verwendet welche auf der Bühne ich bin natürlich das erste Highlight war für mich ja sowieso beim PA5X Musikant als der Jürgen mich gefragt hat hast du Lust ins Musikantenteam zu kommen und das ist vielleicht auch ein Traum ein kleiner Traum also von mir immer gewesen mich mit Sounds im PA5X und da sind ja etwas mehr als über 100 Sets von mir drin zu verewigen ich hab das am Anfang gar nicht geglaubt da war ich beim Musikstore in Köln gegen das Instrument ich sag guck mal da ist wahrhaftig mein Vata Kant Akkordeon drin das ist so schön und ich bin da so stolz drauf meine James Last Streicher viele E-Pianos von mir Lied Sounds da ist glaube ich ein Träumchen von jedem Musiker mal einmal zu sagen Mensch da habe ich ein bisschen dran mitgearbeitet und da ist ein bisschen was von mir verewigt kannst du nichts von kaufen aber mach dich stolz und mich macht es absolut stolz und wenn ich dann Frau Freddy aus dem Zillertal aus meinem Zillertal wo ich im Prinzip groß geworden bin weil von Strass bis Ginzling bis Gerlos ich Gulaschboden-Speicher Schlägeis-Speicher Zillergrund meine Güte das waren die schönsten Jahre auch wir hatten uns damals auch schon bei Ramsau beim Wurzelset mit den Eisbergen wir waren immer in Ried im Zillertal ich ich kenne von Bruck bis zum Ende da wirklich fast jedes Haus also und dann diese Ehre dass Freddy Christa sagt Mensch wegkommen ist einfach schön und dafür sage ich ganz 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 herzlichen Dank und sage jetzt vielleicht viel Gesundheit bleibt alle fröhlich und wenn ich mal wieder was Schönes habe Freddy darf ich dir auch mal wieder mal zukommen lassen sehr 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 gerne lieber André und ich kann nur sagen weil du weil du es nochmal angesprochen hast ich möchte es nochmal sagen du hast mir eine Menge Sounds und Sets geschickt und das ist eben was ich vorher schon gesagt habe ich auf die Schnelle jetzt ich bin ja noch gar nicht einmal so ganz richtig durch weil da sitzt man halt einmal ein paar Stunden unten man kann von deinem also ich verwende von deinen Sounds eben nicht nur einen oder zwei sondern auf Anhieb in der ersten Nacht habe ich mir sofort zwölf oder dreizehn Sounds rübergeholt die ich schon in meine Styles eingebaut habe in der gleichen Nacht noch wo du sie mir geschickt hast jetzt komme ich noch einmal zum Zillertal du kennst die aus und ich würde mich sehr freuen wenn du mal den Alus zusammenpacken würdest und für ein, zwei Nächte einfach einmal ins Zillertal kommen nicht über Musik reden und Ding sondern ich würde euch gerne einmal einladen euch zwei zu uns also ich komme auf jeden Fall ob ich Alus mitbringe weiß ich noch nicht aber wenn ich mir überlege ist kein Problem du haust ihn einfach in Anhänger rein da stellst du in seine Brüder der passt dir auf den Körperraum ist ja kein Problem dann soll er ein bisschen spielen da brauchst du den Radio nicht einschalten so es war schön wie schön das machen wir es war schön mit euch zu reden sehr schön mit einem sympathischen Schluss ich sage herzlichen Dank Freddy herzlichen Dank für deine Zeit schöne Grüße ins Zillertal nach Österreich mir auch ins Ländle nach Gelsenkirchen ja Garmisch-Gelsenkirchen Garmisch-Gelsenkirchen ich sage Dankeschön ihr Lieben es hat mir Spaß gemacht bleibt gesund und wir sehen uns nochmal ich bedanke mich auch noch lieber Alus lieber André ciao Freddy scheiß ciao Ali tschüss Koch-Fader Koch-Fader Alois Müller ich danke dir und ich wünsche euch alles alles Gute und an alle Koch-Freunde und alle Keyboarder und alle Tastenfreunde schöne Grüße aus dem wunderschönen Tiroler Land lasst es euch gut gehen und lasst euch anständig verkorksen das war ein schönes Schlusswort tschüss auf jeden Fall tschüss schnach schnach schnach